Du hast die Polizei eingeschaltet, damit hast du Evas Todesurteil unterschrieben, du verdammter Idiot! Ich hoffe, Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie das Leben der Frau, die Sie angeblich so lieben, gerade aufs Spiel setzen. Vincent, bitte geben Sie Frau Baumann frei. Ich werde keine Sekunde zögern, Frau Baumann auszulöschen. Durch deine dämliche Aktion hast du Eva Baumann in Lebensgefahr gebracht. Das ist die Restlebenszeit ihrer Partnerin. Vier Stunden, neun Minuten und vier, drei, zwei Sekunden. Wir brauchen heute noch eine Überschlagskalkulation von Ihnen. Ich dachte, ich... Sie lauschen einfach und rechnen. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre komische Tralafitti-Show kosten würde? Ich kann so nicht arbeiten! Machen Sie die Knalleffekte möglich und zwar sofort. Ansonsten setzen wir Sie in Ihrem niedlichen grauen Jäckchen auf die kalte graue Straße. Und da können Sie dann so kreativ sein, wie Sie wollen. Verstehe. Das war es mir der Kaffee. Ich bin hermit Ministerin. Ich bin hermit, ich bin hermit.